Boah, ist das gerade bei mir am Lenken. Wollt ihr mich verarschen? Wieso? Weil ich hier liegen gerade? Ja toll, ich bin jetzt auch tot. Weil alle liegen. Toll, ey. Scheiße. Ja. Weil alle lagen auf einmal. Ja, ich weiß. Ja, nochmal, von neu. Toll. Egal. Oh, Mini-Cat. Dann komm, lass uns einfach vorrennen. Ja, alle können uns da runterwerfen, das ist sinnvoller. Ja. Guten Tag. Oder Nacht. Ja, aber erst müssen wir mit dem Fahrstuhl fahren. Oh, ist das nervig gewesen, ey. Oh, ne. Oh, ne. Oh, ne, die fahren. Ne. Sind nur Ballast hier, die beiden. SC4 nehmen und dann die anderen, die sind ja nur in der Etage, falls wieder einer da auf der anderen Etage landet, ne. Sag halt nur. Ja, du mir auch. Herr Jumper da. Was haben wir denn nach vorne, Joe? Boy. Ein Smoker. Da vorne, ich glaube, das ist ein Smoker. Den sollten wir erst mal... Ne, ist nur ein normaler Zombie. Dann müssen wir alle von oben runter werfen. Ne, Centrus andere Treppe, andere Treppe, das ist die zweite Etage. Ja, wir können die beiden nicht zurücklassen, die sind eine gute Hilfe. Ja, ich weiß. Lass uns erst rechts rund, die sind ja näher dran. Ja, komm, dann nehmen wir erst die hier. Was denn? So, wo ist das Auto da? Lauf nicht so weit. Na, dann komm. Und Puma-Kotz habe ich auch. So, meiner liegt am Ding. Meine auch. Okay. So. Ne, zweite Etage. Boah, jetzt kommen wir erst mal massen von Zombies. Ja. Die haben schon gegen die Tür gehämmert gehabt. Ja, ja, ich schieße doch nicht auf dich. So, nächste Etage. Lade nach. Lade. Heute dürfen wir nur aufpassen, dass wir nicht auf die Kanister schießen, also haben wir die direkt einfüllen. Jetzt nö. Was brauchen wir denn? Weißt du, dass wir machen? Kann alle ganz nah hinwerfen. Ja, und wenn man die zum Auto hinwerft, dann kommen die Masten auch an. Ja, egal, dass die Masten ankommen, dürfen bloß nicht hier, dass sie, dass sie auf die Kanister schießen. Ja. Das müssen wir uns von den Zombies wenigstens treffen lassen, das ist ja voll egal. Nächst. Ja. Lass du es mal nach oben. nervig ja ja am besten nur dahin vor tanken erst so da rektisch es zählen ja doch klar hast du mir die pack noch gerne sind das eine ding gelandet hier vorne um die ecke irgendwo du scheiß von mir oder von dir nicht da man es sei nicht nur schnell ich tue die tür sichern wenn ich komme raus ja ist klar schießt mich natürlich die alte letzte in das woran geworfen jetzt haben wir alle nicht runter springen nachher zu alle kann ich da ganz schnell dahin bringt ach du scheiße das natürlich jetzt gefährlich damit die kann ist dann ja ich weiß dass ich hier schon immer auf am besten auf die beine nein habe ich nicht ich werfe schon immer dahin wo die alle weg ihr werft wieder wenn wir hüten ja ich weiß zombies wo wir müssen unbedingt nachladen ich habe angst ja ist klar scheiße irgendwie stellen ja gleich ein kräckchen boah dummes misst du ja genau die pack mit dem nächsten medie pack lieber Oh, Centos. Pass auf. Ja, ich weiß. Wenn du kein Kanister treffen. Ja, tröste dich. Ich fühl schon mal wieder auf, ne? Danke. Boah, ich hab Angst, wenn ihr ein Kanister auch geht. Du wiffst immer ja schön hin. Da. Ja, ich weiß, nur noch drei. Nur noch zwei. Ich fühl noch. Nein. Boah, gibt's da nicht. Das gibt's da nicht. Guck mal, so lief das doch. Boah, yeah. Guck mal an, wie viele da draußen sind. Boah, unglaublich. Verdammt, der Aktion. Boah, unglaublich geschafft. Die Überlebenden konnten fliehen. Die Überlebenden konnten fliehen. Ja, einmal Neustart ist ja, einmal. Na gut. Todesfälle war ich wieder der Meers. Ja, wir hätten das besser da stehen gehabt. Sonst. Ja. Boah. Naikampfkitz, ja, ist klar. Was denn? Ich hatte doch noch... Getötete Hunter, ja, ist klar. Ah, die haben sowieso overpowered, ja. Getötete Char-Char, vier Stück. Splitter, guck dir mal. Getötete, gewöhnliche, da wäre ich sowieso. Hat er wenigstens Schader litten. Ist klar. Guck mal, du, hier. Wen ist Verbündete getroffen? Centus, hallo? Genauigkeit. Bochela hat beschützt, ganz schön viele. Oh, meine super Genauigkeit. Ja. 740 Zombies waren bei dieser Filmproduktion verletzt. Oh. Oh, arme Zombies. Verbindung zum Server, ja gut. Jo. Dann würden wir sagen, im nächsten Epitel, ne, haben wir das gehört. Das Infektionszentrum. Und ja, machen wir beim nächsten Mal das andere Mal immer weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.